Hallo und guten Tag, herzlich willkommen hier bei Selfmade-Doc, Ihrem proaktiven Gesundheitschannel. Mein Name ist Carmen Maria Poller, ich bin Coach und Buchautorin und ich begleite Menschen dabei, ein bewusstes und unangestrengtes Leben zu führen und vor allem die richtigen Entscheidungen zu treffen für das eigene Wohlbefinden. Doch worum geht es hierbei genau? Ja, Selfmade-Doc, Doc wie Doktor, versteht sich als Anregung, der eigene Gesundheitsexperte, die eigene Gesundheitsexpertin zu sein. Ich möchte mein Wissen, meine Erfahrungen und Informationen mit Ihnen teilen, wie es Ihnen gelingen kann, Körpersignale besser einschätzen, analysieren und deuten zu können. Besonders im Hinblick auf hinderliche und störende Gedanken und Gefühlsmuster, sozusagen die emotionale Ursache entdecken für Unwohlsein und Krankheit. An dieser Stelle möchte ich klarstellen, dass es sich hierbei nicht um einen medizinischen Rat handelt und das Angebot auch keine ärztliche Diagnose ersetzt. Es öffnet den Blick, es stellt eine ergänzende Sicht auf die Dinge dar, sozusagen ein komplementärer Ansatz, der zum einen das Wissen aus Psychosomatik und Psychoneuroimmunologie nutzt, als auch die Erkenntnisse der chinesischen Medizin, der Metamedizin, der Energiemedizin. Doch wie bin ich überhaupt darauf gekommen? Zum einen durfte ich auch selbst die Erfahrung machen, wie es ist, sich seiner eigenen Gefühle nicht immer ganz bewusst zu sein und wie es auch ist, Gefühle, die unangenehm sind oder verletzend, beiseite zu schieben. So weit weg wie möglich, in die allerletzte Schublade, so ganz nach dem Motto, was ich nicht sehe, ist auch gar nicht da. Das funktioniert natürlich nicht. Denn ist das seelische Wohlbefinden aus der Balance geraten und man merkt es so nicht, dann fängt der Körper an zu piesacken. In der Coaching-Praxis habe ich die Erfahrung gemacht, dass Menschen zu mir kommen, die haben von etwas zu wenig. Die haben beispielsweise zu wenig Zuspruch, zu wenig Anerkennung, zu wenig Selbstbewusstsein, zu wenig angenehme Menschen in ihrem Umfeld, zu wenig Gelassenheit, zu wenig Energie, zu wenig Liebe. Und dann gibt es Menschen, die kommen zu mir, die haben von etwas zu viel. Die haben zu viel Ärger, zu viel Wut, zu viel Stress, zu viel Konflikte, zu viel toxische Beziehungen, zu viel Kopfzerbrechen, zu viel Herzrasen. Einmal ist etwas zu wenig und einmal ist etwas zu viel. Und Sie merken schon, ein Gleichgewicht wäre da ganz vorteilhaft. Manchmal ist es gut, wir lassen etwas los und manchmal ist es gut, wir treffen eine Entscheidung oder wir holen etwas Neues ins Leben hinein. Wenn wir von etwas zu wenig haben, dann ist oft ein Gefühl der Leere da und wir agieren aus einem Gefühl der Bedürftigkeit und des Mangels heraus. Und wenn wir von etwas zu viel haben, dann ist oft so ein Gefühl da, als würden wir wie in einem Hamsterrad laufen oder nur noch funktionieren. Und die Aktion findet häufig statt, weil man einfach angetrieben irgendwo ist oder versucht, irgendwas haben zu wollen oder noch mehr haben zu wollen. Sowohl ein zu viel als auch ein zu wenig ist nicht gut. Ein Gleichklang, eine Ausgeglichenheit zwischen dem Sein und dem Tun, zwischen der Entspannung und der Anspannung, zwischen Yin und Yang, zwischen dem weiblichen und dem männlichen Prinzip, das ist das, was uns in einen mental, emotional und körperlich guten Zustand versetzen kann. Und dieser gute Zustand, der nennt sich auch Gesundheit. Die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, die hat schon vor Jahren Stress zu einer der größten Gesundheitsgefahren des 21. Jahrhunderts erklärt. Doch was genau macht uns überhaupt Stress? Stress kann zum einen von außen kommen. Zum Beispiel extremes Klima, extreme Hitze, extreme Kälte, extreme Winde, andere hohe Extrembelastungen, ob es Druck ist, Lärm, Umwelt oder jetzt die Pandemie mit der hohen Virenbelastung und den entsprechenden Maßnahmen, das macht uns Stress. Stress kann aber auch von innen kommen. Und von innen kommt es immer dann, wenn wir eine emotionale Dauerbelastung haben. Das heißt, lang anhaltend schwarzmalende Gedanken oder auch tief im Verborgenen, uns gar nicht immer so bewusst sitzende negative Gefühle. Dann sind wir in einem Stresszustand und Stress macht krank. Wenn wir in einem Stresszustand sind, dann wechseln wir sozusagen in den Schutzmodus oder auch Kampfmodus oder auch Überlebensmodus. Sie hören es schon an den Worten. Schützen, kämpfen, überleben. Das hört sich anstrengend an. Und genau das ist es auch. Dafür brauchen wir jede Menge Energie. Und wie macht der Körper das? Ja, um sich darauf vorzubereiten, zwackt er die Energie woanders ab. Das heißt, in einer Stresssituation fährt der Körper unser Immunsystem hinunter und die Zellen können sich nicht mehr ausreichend regenerieren, nicht mehr richtig erneuern. Tja, und wenn das Immunsystem geschwächt ist, dann sind die Tore für Viren, Bakterien und Befindlichkeitsstörungen jeder Art natürlich weit auf. Und genau aus diesem Grund ist es auch so wichtig, ein Experte seiner selbst zu sein. Denn wer kennt ihren Körper schon besser und ihre Gefühle und ihre Gedanken besser als sie selbst? Wenn ich Sie ein wenig neugierig machen könnte, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie diesen Channel abonnieren. Ich werde in regelmäßigen Abständen immer wieder ein kleines Video hochladen mit einem ganz speziellen Körpersignal, wo wir uns dann die Gefühle, die dahinter stehen, bewusst machen und ja, ich würde mich freuen, Sie wiederzusehen. Bis dahin, bleiben Sie schön im Gleichgewicht. Ihre Carmen Maria Poller Die Gefühle Die Gefühle Die Gefühle Die Gefühle